Oh, ey. Der Divell schießt immer noch auf dem größten Haufen, ey. Springen wir auf den Erfolgszug. Ja, springen wir auf den Erfolgszug. Tut, tut, bitches. Lang, lang ist es her, die letzte Session von Monopoly. Oh. Ja, und damit sage ich, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Season von Monopoly. Mit, äh, unten, wie ihr sehen könnt, mit ZJH&Doll, Manne, dem Annex Dream und mit mir, dem Mokko. So, und jetzt müssen wir gerade mal würfeln. Ja, Manne muss in den Kast. Ja, manne muss in den Kast. Oh, ihr Quintus, der dreckige Fährten, und der guckt schon so vorgisch. Du kannst ihn auch Miss Pinky nennen. Von der Puderosa, denn? Ein Glück, die Zuschauer konnten das nicht hören, die Diskussion mit Mokka seine Farbe. Ja, echt. Mich scheißt es wieder an, ich habe hier Schweine-Pink, ey. Ja, lacht mal noch, ey. Viel Glück, viel Glück. Viel Glück brauch ich nicht. Ab in den Knast. Aber mich schmeißt sie wieder um, ey. Ey, ich drehe durch. Warte, nur. Okay. Mann, er ist rausgeflogen. Ach. Ja, ich weiß, ich weiß ja nicht, ihr müsstet ihr mal gucken, wer der Chat-Leader ist. Ey, ich warte mal, glatt ihn mal wieder ein. Ja. Ja, der liegt. So, zog er da raus. Anne, du musst ne Karte zahlen. Anne, ihr hört mich ja gar nicht mehr. Ja, ganz genau. Leider geil. Ich bin gerade erst aufgestanden, Entschuldigung. Ja. Das ist ein bisschen der Nachteil bei Playstation Network. Sei mal ruhig, ich will mal gucken, wie er sich aufregt. Oh, er hat ne Karte gezogen. Genau, rückgeformt zur Schlossallee. oder was? Und das Ding kauft er dann noch mal Fleisch oder was? Also, wir drücken da aus Versehen auf Auktion. Ich würde so lachen. Ah, jetzt kommt's. Jetzt können wir uns was anhören hier. Sag mal, Mann, was ist das schon wieder? Na, Mann. Was ist das schon wieder in Aktion, je? Rage quit. Bitches. Ihm reicht. Du kaufst dir schon mal die Schlossallee. Na, sauber. Hab ich sie gekauft, geil. Ich hab schon gesagt, jetzt müsst ihr aus Versehen auf Auktion treten oder rufdrücken. Jetzt hab ich auch eine 7. Du gönnst mir nix, oder was? Aus Versehen müsst ihr jetzt auf Auktion klicken. In Knast kommt er jetzt. Pass auf, Knast. Und da bezahlt jeden Spieler. Oh. Seestraße. Nicht schlecht. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Grundstück... Wer sind... Werden Sie zum Grundstück Besitzer? Hui. Wenn ich Schlossallee kauf. Wo sind die Schlossallee? Schlossallee. Die teuerste, Mann. Ist sie gut? Ach so. Das weiß ja noch nicht mal. Das ist... Mann, ich sag mal so, das ist... Das ist die, wo am wenigsten Leute rufkommen. Ja. Ja, aber wo es am meisten Kohle bringt, wenn einer rufkommt. Dann ja. Dann ist sowieso Schluss. Also, ja, wenn du Beda hast. Möchte ich. Loli, wollen wir Beda handeln? Nein. Ey, fang jetzt nicht schon mit Handeln an. Ey. Warum nicht? Geht erst mal das erste Mal über Los. Loli. Los. Sie sind am zu. Gib Gas. Ja. Zehn. Ab in den Knast, Junge. Hau rin. Siehst du diese Aura, die seine Spielfigur umgibt? Ich schätze, sie halten sich lieber auf dieser Seite der Gitter auf. Die auch. Und jetzt gleich nochmal ein Pasch hinterher, Mugga, wenn wir da wieder raus. Aber ganz besonders hinten am schwarzen. Oh, eine schöne 7, Alter. Schön, ja. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Was auch immer passiert, gehen Sie nicht auf. Gehen Sie ins Gefängnis, begeben Sie sich direkt dorthin, gehen Sie nicht überlos, ziehen Sie keine 200 Euro ein. Oh. Krankenhausgebühren, Mugga. Wie ist denn da los? So, hörte, echt, das geht schwer. Echt, das geht schwer so los, ey. Na gut. Komma. Kannst halt nichts machen, ne? Ne. Ey, der hat die Schloss-Alle, ey. So, Mann, da geht jetzt lieber los. Okay, das ist nix. Ich weiß. Warte mal ab, der gibt sie gleich. Jetzt spiele ich auch noch mit dem Extrem, der weiß genau, auf welche Quälte ich komme. Ja. Boah, hat da schon irgendeiner was gekauft? Nehmen Sie mal. Sie müssen investieren in diese Stasse. Ja, Mann, du solltest dir Geld zurücklegen, ne? Ja, genau. Nicht, dass es wie in der letzten Season, ne? Wo du dann gerne in die ganzen Häuser wieder verschachern musst. Und wenn du an Kohle kommst. Ich wollte ganz groß in das Immobilien-Business einsteigen. War mir leider nicht vergönnt. Hier, der kauft auch jeden Scheiß. Ne. Nicht jeden Scheiß. Zu Ben. Ach so. Ach ja, stimmt ja. Ich sitze hier und warte, wann es weitergeht. Spielen wir. Oh. Habe ich da etwa jemanden mit, der ich zusammenspielen muss? Ne, das ist das Wasserwerk. Oh, das ist eh Werk. Also Elektro-Torität, ja. Ich muss alles kaufen. Das erste, wo ich raufkomme, ich durfte bezahlen. Ey, das ist ja zum Kotzen, ey. Schon wieder. Echt. Uh. Ja, aber wir waren lieb. Nee. Nee. Erstmal bezahlen. Ja, hast du denn gemacht bei Freiparken, dass du die Steuern und so bekommst? Du kommst doch nicht. Nee, du kriegst dein Geld nicht zurück. Mr. Pink ist dran. Alter, das tut richtig weh in den Augen, deine Farbe, Mocker. Hast du denn immer eine andere nehmen können? Unglaublich. Oh, meine erste Straße. Juhu. Das ist ihre Gelegenheit, sich ein Kündnisauktion zu nehmen. BAM. So. Läuft. Läuft. Jetzt rückt, geht nach. Drei. Super. Oh, Mann. Da ist da wohl eine Schubkarre im Weg. Sie können dieses Grundstück kaufen. Ist egal, ich kaufe die. Kann ja nachher wieder verkaufen. Nein. Den handeln nicht. Boah, was ist denn hier los? Da befüllt die Stock im Arsch. Na ja, du denkst doch, du wärst der Einzige, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Nein, habe ich überhaupt nicht gesagt. Oh ja. Überhaupt nicht gar nicht. Ich habe nur gefragt, ob ich, ich wollte nur mal Dölli fragen, ob Dölli Lust hat, hier zusammen. Aber dann nicht. Nee, Dölli macht lieber, wenn Mannen zusammen. Also, Alex, wir müssen da gucken, dass wir zusammen da irgendwie. Ja, Mocka, also, tut mir leid, aber heute, wenn ich das sehe, dass du beim ersten Mal zahlst. Das tote Pferd füttern, genau. Oh, was ist denn da los mit den Bahnhöfen? Oh, ey, der Diable scheißt immer noch auf dem größten Haufen, ey. Genommen. Springen wir auf den Erfolgssuch. Tut, tut, bittes. Oh, Mocka, Mocka, ey, warte mal, warte mal, guck mal. Ja. Aha, wir dachten da zahlen. Manchmal passiert es schlimme Dinge. Ja, Mocka, wir spielen beide zusammen. NXV, überleg dir genau, mit wem du hier zusammenspielst. Schöne mal, danke. Ja, du willst ja mit mir nicht kommen spielen. Ey, du willst gleich die erste Runde, willst du gleich von mir die pinkelkarte haben, ja? Na, welche pinke Karte? Zähl doch gar nicht, das stimmt nicht. Ich wollte, erzähl doch gar nicht. Welche pinke Karte? Will die Elisenstraße haben? Die blaue. Ne, du machst irgendwas hinterrücks mit Manne. Naja. Man kann nicht vorher. Manne bezahlt jetzt hier los. Oh, hat er leider nicht. Oh, damit kein Haus. Dann ist die Karte schon mal weg. Was, die kommt doch wieder, oder ne? Ja, später irgendwann. Schmeiß doch nicht immer Quintus um, ey. Das ist die Farbe, die beißt sich. So fährt's. Ui. Shit, ihr Eilers. Oh. So. Auch raus, die Karte. Die sind nicht raus. Gut, dann kommen die erstmal so schnell nicht wieder. Naja, aber erstmal so schnell sind sie nicht mehr da. Also, die kommen erst dann wieder, wenn du ordentlich Hotels gebaut hast. Ja. Dann lämpt die Karte schon die richtig rein. Dann kannst du ja erwischen. Ja, auf seine Bahnhöfe. Dann klatschen die richtig rein. Ich hoffe, sie haben Glück. Ha. Ich nicht. Ne, wir kriegen. Oh, das darf nicht wahr sein, ey. Wofür soll ich jetzt bezahlen, ey? Bloß weil er auf so ein scheiß Feld gekommen ist. Weil ich Geburtstag habe. Das ist unglaublich, ey. Äh. Ja, ja. Alter, die Musik macht mich muschig, ne? Dö, 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 dö. Das sind doch die, die überhaupt nichts bringen, ne? Doch, die bringen was. Ja, mach auf. Mach auf. Ach, ihr mit... Was habt ihr mit eurer Auktion, ey? Na, da hat doch jeder die Chance, die Straße zu kaufen. Ja, dann macht ihr doch auch nicht. Na, pass auf. Wir machen... Wir können das ja mal so... Ne kurze... Ne, ne, ne. Ne, ne, nein. Ne kurze Auktionsrunde. Wenn Mannen wieder dran ist, dann machen wir alle viermal beim nächsten Ding, wo wir rauskommen. Mach doch mal Auktion jetzt, Moka. Mach mal Viereck. Am Arsch. Am Arsch. Guck mal, Moka, du hast schon wieder fast kein Geld mehr. Du bist unter 1000 Dollar hier. Ja. Du musst aufpassen, dass du da nicht zu wenig Geld hast. Kashi, Junge. Wird eine ganz kurze Season. Ah. Ja, komm. ZIH Handball. Drei Euro auf einer vollständigen Farbgruppe bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. ZIH Handball hat die letzte hellblaue, die mannese fehlt. ZIH Handball. Ja, ja. ZIH Handball. Guck mal, da war ich auch gleich auf der Knie. Ja, ja. War ja gar nicht dran. Ne, ey. Oh. Sag mal, steigert sich das Gehalt auf, die 200, oder bleibt das immer 200? Ne, ne, eigentlich nicht, ne? Oh. Oh. Na, ein extrem jetzt lässt sich natürlich über das Angebot reden. Jetzt. Ja, natürlich. Das lässt sich über alles reden, der Lieb. Ne, knackt oder was? Pass auf. Ich, ich, ich bin ganz so. Ja, dann mach mal, mach mal diesen Handball. Ne, warte, lass mich handeln. Und dann zeig ich dir mal, was, was der Boy vorhat. Oh, Leute, kommt doch erstmal über los, ey. Ich war schon über. Manne. Du. Da lässt sich doch über so'n Handel reden. Scheiße. Jetzt muss ich kurz mal. Geh ne Kohle. Jetzt muss ich halt, sie sagt, es ist ja bald keine Kohle mehr, weil ich will über Handel reden. Naja, ich hab die, ich hab beide Karten, die Manne fehlen. Ach, Manne. Guck mal, ne? Warte. Erstmal. An extrem. An extrem. An extrem. Oh. Was denn, was denn dein Begehr? Mein Name, schlaf mir mal mit vor, weil du jetzt so gerade so vorhast. Den wollte ich nicht mal. Du, den kannst, äh, äh, hä? Auf, weil ich so bin. Warte. Wenn ich streamen, mach das nicht. Weißt du doch nicht. Jetzt sei ruhig. Auf die einzumischen. Hm. Für den Bahnhof, ich kann's abtippen. Ihr Angebot. Hm. Okay, send mir mal dein Gegenangebot. Ja, bestimmt. Was meinst du hier? Ja. Bestimmt. Hahaha. Was ist mit dir wert, der Bahnhof? Warte. Das stört mich hier extrem. Diese ungerade Zahl. Handel ist der Motor der Geschäftsführer. Hahaha. Hahaha. Er will... Er will mich wegpumpsen hier. Kann er knicken, Alter. Ist mir egal. Mit mir braucht er nicht versuchen zu handeln. Ich bin doch hier nicht auf dem türkischen Bazar. Hahaha. Ja, ich hab noch ein paar rausgeholt. Ein paar Euro. Das sind die Schache-Künstler hier, Mann. Er weiß. Drei haben oder nicht haben. Wollen Rose kaufen? Wollen Rose kaufen? Wollen Rose kaufen? Ja, hab ich so ne schwuchtelige Farbe, Alter. Das kotzt mich an, Alter. Die Schnauze. Guck mal unten in der Leiste. Da ist dann auch pink. Nicht gut. Nee, he 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 he. Das ist auch.... Das ist teuer! Guck mal! Guck mal. Alter, warte. Und das Geld wieder weg weg. Guck mal. Guck mal. Ich schwitzt schon richtig. Das ist so anstrengend. Ja, meine! Ja, keine Ahnung. Möchtest du oder soll ich den Handel einleiten? Leite du einen Handel ein, ich will es dir. Okay. Das Glück ist ihre Rolle. Kashi. Naja, das Glück kann mich mal. Ist mir am Arsch verfroren. Du bist auf dem nächsten Bahnhof, Mann. Da kommt mein Dölli wieder angeschwänzelt und will was von dir. Pass auf. Mit diesen Zügen kommt man überall hin. Spielen wir. Nö, Dölli, du hast meine blaue Straße so einfach leichtfertig weggegeben. Du hast absolut nichts mehr, was mich reizen tut. Außer, äh. Jetzt, jetzt, äh, denken wir mal zurück. Battlefield. Folge, sind Sie bereit? Das ist mir vollkommen... Da hatten wir noch den Kaiser zu den Zeiten. Da hatten wir noch einen Kaiser. 112 und 113, Mann. Da ist eine Fraktion entstanden, Mann. Du hast ja absolut nichts, was du mir anbieten kannst. Das ist das Problem. Leute, wieso kann ich jetzt hier den Handel? Nee, weil das nicht gehe, weil ich gerade mit Wann rede. Über den Handel. Du musst erst Würfel. Du musst noch mal parschen. Ach so. Ach so. Eine 7. Bööö. Wieder so eine Blödsinn. Das ist gar nicht mal so schlecht für ihn. Zack, wie der zurück. Dieses Grundstück kauft er natürlich. Werden Sie zum Grundstücksbesitzer. Ey, wie viel Straßen und so? Was habt ihr alles schon? Bahnhöfe, Straße. Pass mal auf. Wie lautet Ihr Angebot? So, warte mal. Ich bin jetzt das Boot, ne? Und Mann, ist ja der Andere. Mann, guck mal. Nein, Mann, das ist scheiße. Ah, nun sei immer da hinten. Und überhaupt nicht die Scheißstraße da hinten. Ja, der kann ein Mann in seine ersten Häuser bauen, oder was? Bestimmt. Ja, du denkst auch. Ja, aber er hat drei Felder und bei ihm kommen öfter Leute rauf, als auf den Netzen. Oh, nun hört doch mal auf zu jammern, das ist doch ein Schiff. Ich meine ja nur, man muss doch mal ein bisschen realistisch bleiben. Dann musst du gerade sagen, Dölzen. Alles für die blaue Straße. Das ist wohl nicht echt ein Angebot. Ah, nun warte doch mal, bin doch noch gar nicht fertig. Ich würde mal kurz, ich würde hier, ich würde hier mal kurz umdenken. Es sollte nicht zwei, es sollte nicht zwei gegen zwei sein, es sollte drei gegen einen sein. Und ihr wisst alle ganz genau, gegen wen wir sein sollten. Halt's Maul, Dölzen, halt's Maul. Was möchten Sie handeln? Und ich meine nicht den Herrn in Pink. Ich handel nicht. Ich meine das untergehende Boot, ja? Dann haben wir mal ein anderes Angebot. Gibt dir keine Absprachen. Es gibt hier keine. Das wird eh sinken. Sagt er. Nachher heißen wir auch, kannst du nicht mal bitte. Mach ich jetzt so Chefsache. Gibt dir keine abgesprochene Sachen. Ja, tauscht mal die beiden blauen Straßen, mach das mal. Einmal die andere und die Schlossallee. Ja, Mucka, was hältst du denn von, was hältst du denn von energien Vorstellungen? Nee, mach ich aber nicht, die tausche ich nicht. Weiß man, die drei, mit die drei Karten kann man hier winnen. Hey Mann, dann weißt du noch die verkackte Season 2? Ja, ja. Ja, ich weiß es. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Nee, 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 nee. Mann, das ist 100 Euro, 130 Euro teurer, was kriegst du an. Das kriegst du mit Eimer. Ganz klassisch abgelehnt. Geld spielt für mich keine Rolle. Er findet die Gegend schön. Oh, okay, das sind die zweite Handelsrunde. Mann, er findet die Gegend so schön. Das ist ja dick. Sie sind dazu. Hier will ich groß werden. Haben sie schon mal überlegt zu investieren? Ach nee. Ach nee. Der Extrem hat nämlich gedacht, der kann uns in zwei Folgen hier abspeisen. Das müssen sich ja Geld an die Gegner ab. Wieso abspeisen? Geil. Nee, das war einfach nur eine Anfrage und wenn nein, dann nein. Es tat doch schon irgendwo weh in Extreme. Gib's doch zu. Ja, ich bin wieder am Start. Ich bin wieder am Start. Sag danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns dann zu der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Ich krieg's so trotzdem. Tschüss. 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 Vielen Dank.